Was geht ab, meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu DampftiDAS. Heute würde ich euch gerne aus dem Hause GeekVape das Aegis Legend Kit vorstellen. Bestehend aus dem Aerotank, das ist ein Fertigkäuferdampfer, der unter anderem Meshcoils benutzt, die wir uns heute anschauen werden, aber auch Coils hat, die Coils beinhalten, also kein Mesh, sondern ganz normale gewickelte Spulen beinhaltet. Und unten drunter eben die Aegis Legend Box. Das ist die neue Aegis. Der größte Unterschied mag hier wohl die Aufnahme der Akkus sein, denn hier können wir zwei 18650er Akkus einlegen, während wir bei der alten Aegis einen 26650er eingelegt haben. Und ich würde auch gerne direkt bei den Akkuträgern nebeneinander erstmal zeigen, denn ich denke, das ist so das Wichtigste, weil die Aegis kennen ja sehr viele von euch. Er ist ja ein sehr weit verbreiteter Akkuträger. Viele haben den, weil er einfach handlich ist, weil er wasserfest oder wasserdicht war bis zu einem bestimmten Grad, weil er keinen Staub eingelassen hat und weil er halt verdammt robust ist, weil man ihn fallen lassen kann und weiß Gott, was damit machen kann. Es gibt Videos, wo Leute mit den Autos drüber fahren. Thomas ist im Urlaub damit geschwommen beispielsweise. Also alles, was er verspricht, hält er auch. Und jetzt eben die neue Version. Wenn man mal beide Akkuträger nebeneinander anschaut, so auf die gleiche Höhe, fällt schon auf, die neue hier auf der linken Seite, die Aegis Legend, ist auf jeden Fall größer, wenn es um die Tiefe geht. Wir sehen aber auch hier, die alte Aegis war dicker. Wenn wir uns die Höhe anschauen, ist auch die neue Aegis hier zwei Millimeterchen vielleicht höher. Wir haben auf jeden Fall eine andere Form. Die Form und auch der Aufbau, ich zeige euch die mal schön in der Rundumansicht, erinnert mich ein bisschen an die Lost Vape Therion Box beispielsweise. Hinten eben dieses Leder. Es ist auch Echtleder. Auch, vielleicht sieht man das ein bisschen, kann ich hier etwas reindrücken. Da ist tatsächlich ein Polster oder sowas dahinter mit diesen roten Nähten als Akzente. Finde ich doch sehr, sehr schick. Und ich muss eindeutig gestehen, die neue Legend sieht einfach edler aus. Also die neue Aegis Legend sieht edler aus als die alte. Die alte, ja, sah aus wie ein Werkzeug, muss man sagen. Also ich finde sie sehr hübsch, vor allem in dieser Camo-Version. Aber sie sieht aus wie das Mittel zum Zweck. Man merkt, okay, überall gummiert und robust. Man merkt, hier ist was Robustes wirklich in der Hand. Hier hat man zwar auch diese Silikon-Akzente und auch den gleichen Feuertaster eigentlich und die Plus- und Minus-Tasten, aber durch das Leder, finde ich, sieht die einfach edler aus. Deswegen sage ich auch, sie erinnert mich ein bisschen an die Therion von Lost Vape, die ich ja sehr, sehr hübsch finde, gerade in der Black Elephant Leather-Version. Wir haben, wie gesagt, hier den Feuertaster, der genauso wie die alte Aegis auch einen wunderschönen Klick hat. Ich zeige euch das mal. Ich denke, ihr hört es. Ich gehe mal auch nah ans Mikrofon, zeige euch mal alle drei Tasten. Sehr, sehr schöner Klick und ich mag das sehr, sehr gerne. Die kommt auch hier, der Feuertaster kommt auch hier ein bisschen raus. Man sieht, wenn ich das jetzt mit dem Finger von hier versuche, sehr schön. Die Finger liegen hier auf einem sehr, sehr schönen Punkt. Also den Feuertaster finde ich auf jeden Fall klasse. Wir haben hier das Display. Was ich jetzt auf maximaler Helligkeit habe. Die Helligkeit kann man auch ganz leicht verstellen, indem man Plus- und Feuertaster oder Minus- und Feuertaster hält, um dann eben den Wert zu verstellen. Ich bleibe hier einfach mal auf 100%. Und dann haben wir natürlich die Plus- und Minus-Tasten, um unsere Leistung zu verstellen. Oder wenn wir ins Menü gehen, 1, 2, 3, können wir beispielsweise auch die Modi verstellen, wie ihr sehen könnt. Mit einem Klick gehen wir dann auf den nächsten Menüpunkt, auf den nächsten Menüpunkt und so weiter und so fort. Ihr seht, das ist eigentlich sehr simpel gehalten. Einfach mit dem Feuertaster in den nächsten Menüpunkt und mit links, rechts könnt ihr dann ändern, den Widerstand. Und mit links beispielsweise locken, mit rechts könnt ihr den Widerstand neu einlesen in diesem Fall, den Puff-Counter und so weiter und so fort. Was ich auch noch zeigen möchte, ist, dass man die Farben vom Display ändern kann. Hierzu klicken wir einfach wieder dreimal, 1, 2, 3, gehen dann ins Menü. Und wenn ich jetzt hier Plus und Minus gedrückt halte, seht ihr einmal diese Version, dann haben wir diese Version und die rote Version. Ich bleibe bei der roten, mir gefällt diese am besten. Und wenn wir wieder aus dem Menü zurückgehen wollen, lassen wir kurz den Feuertaster gedrückt und sind dann wieder außerhalb des Menüs. Mit fünf Klicks schalten wir das Gerät natürlich aus und wieder mit fünf Klicks schalten wir es wieder ein. Die Akkus werden diesmal, und das finde ich eine deutliche Verbesserung, dass es natürlich vielleicht eventuell der Stabilität verschuldet oder auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir hatten früher bei der alten Aegisbox diesen Drehmechanismus hier unten bei dem Deckel. Da musste man halt aufschrauben und das ist ein langwieriger Prozess. Denn um die Akkus zu laden, mussten wir hier tatsächlich Schrauben lösen, um dieses Silikonplättchen abzunehmen, um an den Port zu gelangen. Das hat man hier verändert. Hier ist nämlich der Port, um an den USB-Anschluss zu kommen. Hier unter dieser Gummischutzkappe, die man einfach mit dem Fingernagel anheben kann. Einfach ist gut gesagt. Das Ding sitzt wirklich bombastisch fest. Da muss man wirklich Kraft aufwenden. Und diesen kann man dann so anheben. Ich hoffe, ihr seht das gerade. Ich kann es so ein bisschen auf die Seite nehmen. Hier ist der Fokus. So hat man das jetzt gelöst. Deutlich komfortabler, weil nicht immer hat man ein Ladegerät dabei für ein 26,650er und möchte dann hier mit Torx aufschrauben, weil es sind Torx-Schrauben oben. Oder unten ewig lang aufdrehen und so weiter und so fort. Hier deutlich komfortabler. Und auch die Akkus. Ihr seht, wir haben hier einfach diesen Mechanismus, wo wir, ich versuche es euch mal zu zeigen und gleichzeitig zu machen, einfach hier das Plättchen runterschieben. Und dann können wir, oder öffnet sich schon durch eine Feder, der Akkudeckel und unsere Akkus kommen uns entgegen. Ihr seht, auch hier ist Silikon angebracht. Die Akkus liegen hier in diesem Akkuschacht. Und alles ist eben wasserresistent oder besser gesagt wassergeschützt, weil wasserresistent würde bedeuten, dass das Ding Wasser abweist. Wir haben hier die IP67-Norm. Und falls ihr euch ein bisschen mit diesen Zahlen auskennt, wisst ihr, also GeekWeb gibt an, 30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe maximal. Also sollte man das Teil nicht nehmen, wenn man unbedingt 1000 Meter runtertauchen möchte, um, weiß Gott was, ungesehene Tiere zu erforschen. Und dampfen sollte man unter Wasser sowieso nicht. Das geht ja alles in den Tank rein. Aber der Akkuträger darf mal gerne in eine Pfütze fallen. Den könnt ihr gerne in die Badewanne mitnehmen und dann dampfen, wenn er euch reinfällt, wird er euch nicht kaputt gehen. Alles easy going. Falls ihr sowas braucht, sowas Robustes, was ihr auch mal fallen lassen könnt, wo auch durch die Silikonschicht dann schön geschützt ist. Wie gesagt, da gibt es Videos, wo man mit Autos drüber fährt und sowas. Entschuldigung. Und dafür ist das Ding einfach Spitzenklasse geeignet. Und wahrscheinlich mit der anderen Aegis-Box der robusteste Akkuträger, den es auf der Welt momentan gibt. Ich möchte euch kurz den Lieferumfang zeigen. Wir haben hier in dieser Vorab-Version so eine Verpackung, wo dann hier so ein Sticker drauf ist, wo einfach Aegis Legend Kit draufsteht. Wir haben unter anderem noch ein zweites Glas, also einen zweiten Glastank mit dabei, denn der bereits verbaute ist ein Bauchräger, dass wir etwas mehr Füllvolumen haben. Und wir haben noch eine zweite Coil mit dem Lieferumfang, denn eine ist bereits im Tank verbaut. Und die zweite Coil, die wir mit im Lieferumfang haben, ist eine Quad-Coil, die tatsächlich dann auch Coils beinhaltet. Zeige ich euch mal. So schaut das gute Stück aus. Erinnert natürlich jetzt sehr stark an die Babybeast-Coils. Und wir haben hier eine Leistungsaufnahme von 60 bis 80 Watt bei 0,15 Ohm. Und ich habe hier bewusst die Mesh-Coil genommen, denn diese finde ich... Entschuldigung, ich habe heute voll den Frosch im Hals. Vielleicht, weil ich gestern ganz viele Kaulquappen am See beim Kuchenessen mit meinem Vater am Vatertag gesehen habe. Vielleicht habe ich eine aus Versehen verschluckt. Hier haben wir nämlich eine Leistungsaufnahme von 30 bis 90 Watt. Und GeekWab sagt 60 bis 80 Watt. Ist so das Gebiet oder das Spektrum, wo die Coil am besten performt. Wir haben hier oben zunächst einmal das Drip-Tip. Das ist ein 18er Drip-Tip, das wir entfernen und tauschen können. Die Top-Cap wird hier einfach gedreht, falls wir das Liquid hier nachfüllen wollen. Oder was heißt, falls, sobald wir das Liquid nachfüllen wollen. Wir drehen hier einfach ein kleines Stück und dann merken wir schon, da ist ein Widerstand. Denn dann kommt uns die Top-Cap entgegen. So sieht das aus. Hier und hier finden wir die beiden Öffnungen, um das Liquid nachzufüllen. Dann einfach passend wieder draufsetzen, kurz drehen und das Ding ist fest. Wir haben eine stufenlos verstellbare Airflow. Stufenlos bedeutet immer, wir haben keinen Klickmechanismus, der uns die einzelnen Etappen von der Airflow anzeigt. Oder auditiv mitteilt. Auch haptisch, weil das spürt man ja auch, wenn das Ding klickt. Und dann zeige ich euch noch kurz die Coil, wenn ich den hier jetzt aufkriege, auf Anhieb. So, bei sowas mache ich übrigens auch immer einen Schnitt rein, dass ihr nicht ewig warten müsst, wenn ich hier drehe und schraube. Und dann zeige ich euch mal das Innenleben der Coil. Ich hoffe, das kann man erkennen. Jetzt kam ein Tropfen direkt auf das Mikrofon. Und an meiner Hand läuft es unter. Als Liquid habe ich jetzt hier tatsächlich übrigens Premiere für mich Gin Fizzle von den lieben Dampfbrothers, von Hendrik und von Patrick. Wo haben wir es denn? Ich habe es doch hier irgendwo hingelegt. Habe ich mir jetzt auch auf der Messe in Stuttgart mitgenommen. Ich überlege ein Video zu machen zu den ganzen Liquids, ein Vorstellungsvideo. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das tun soll. Ich weiß, einige von euch werden jetzt in die Kommentare schreiben, tu doch nicht so rum, mach das bitte. Das überlege ich mir. Jetzt habe ich den Tank schon abgeschraubt und wenn ich dann schon mal hier rüber gucke, fällt mir auf, dass ich ja hier noch einen 30mm Verdampfer rumstehen habe. Und den machen wir jetzt hier auch mal auf die Aegis Box, denn der 15er Anschluss ist hier sehr schön mittig und das deutet ja schon darauf hin, eigentlich, dass wir hier 30mm Verdampfer ohne Überstand aufschrauben können. Gesagt, getan, bitte achtet nicht auf die unglaubliche Länge des Chaos Tanks, sondern achtet mehr drauf, wie er da drauf sitzt. Bedenkt bitte, dass wir hier an der Airflow beim Chaos etwas über 30mm sind, denn 30mm Verdampfer passen perfekt auf die Aegis Legend. Somit auch für euren Aromamizer gar kein Problem. Ihr könnt den also auch hier aufschrauben und müsst nicht Angst davor haben, dass das einfach total bescheuert aussieht. Ich möchte nur noch gerne diesen Tank jetzt mal dampfen, dass ihr das auch mal gesehen habt, denn ist ja ein Dampfervideo. Fünfmal klicken, weil ich den Akkuschacht offen hatte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Geekvape-Logo und los geht's. Achtet mal auch bitte darauf, wie schnell der Feuer, sobald ich drücke, hört ihr, der Feuer gnadenlos sofort los. Also hier ist auch ein sehr, sehr guter Chip verbaut. Zum Akkuverbrauch kann ich nur sagen, mir ist nichts Negatives aufgefallen. Ich kann jetzt absolut nicht sagen, dass die Akkus hier extrem schnell leer sind. Ne, die halten eigentlich so durch, wie eigentlich bei jedem guten Akkuträger, aber genaue Messwerte werde ich euch wie immer nicht geben. Aber jetzt dampfen wir mal. Es sind halt Mesh-Coils. Wir haben einen Haufen Drahtoberfläche. Dementsprechend hier bei 75 Watt knallt der hier auch die mega dicken Wolken raus. Und geschmacklich muss ich sagen, der Aerotank schließt sich auch genau dem Avatar-Mesh-Nano-Tank an. Sie schmecken einfach beide phänomenal. Ich merke auch hier bei den Coils nach mittlerweile zwei bis drei Wochen immer noch nicht, dass der Geschmack abschwächt. Ich habe immer noch die allererste Coil hier verbaut und habe hier nonstop auch sweetener verseuchtes Liquid drin, weil ihr wisst, ich bin der Extremsüße, umso süßer, desto besser die Liquids. Und habe hier weder Probleme mit Kokeln noch mit Geschmacksverlust. Auch hier sind die Coils wie beim Avatar-Mesh-Nano sehr stabil, weil man einfach mit hohen Leistungen direkt auf die Coils auffährt und es einfach perfekt performt. Und schmeckt übrigens extrem gut. Muss aber negativ bei dem Tank angreifen, dass er unglaublich laut ist, wie ihr hören könnt. Also da stört und kratzt scheinbar irgendwas extrem an der Airflow und das Geräusch. Wir können das auch mal ausprobieren, wie es das anhört, wenn ich die Airflow zur Hälfte schließe. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Und rein vom Airflow-Geräusch ist der bei mir komplett durchgefallen. Dafür ist er aber geschmacklich fantastisch stark. Lässt sich eigentlich bis auf das Geräusch wirklich schön smooth dampfen. Wir brauchen keine extrem hohen Leistungen. 75 Watt ist hier der Punkt, wo ich sage, perfektes Dampfverhalten. Geschmacklich wirklich genau auf Augenhöhe, auch mit dem Avatar-Mesh-Nano-Tank. Zum Akkuträger. Ich finde tatsächlich, GeekWeb ist es hier gelungen, die EGIS auf jeden Fall in fast jedem Punkt zu verbessern. Ich finde, sie sieht optisch besser aus. Das ist aber Geschmackssache und das werde ich nicht mitbewerten. Haptisch fühlt sie sich fantastisch an. Dieses Leder hier mit dem Polster finde ich einfach toll gelungen. Sieht nicht nur verdammt gut aus, fühlt sich auch verdammt gut an. Den Feuertaster und die Plus- und Minus-Tasten, die sind komplett gleich geblieben. Zumindest habe ich so das Gefühl, wenn ich mir beide Mods genauer anschaue und auch draufdrücke. Es hört sich vielleicht ein bisschen vom Klicksound heller an. Und wir haben ein leicht verändertes Design bei den Plus- und Minus-Tasten. Aber da würde ich jetzt weder sagen, verbessert noch verschlechtert. Das Display gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr schön hell. Man kann es wunderbar auch draußen bei Sonnenlicht lesen. Gerade die rote Version. Die ist einfach am kontrastreichsten, finde ich persönlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dass man hier auch an den USB-Port besser rankommt, weil hier nichts geschraubt wird und so weiter, finde ich phänomenal. Dass die Akkus schneller gewechselt werden können, finde ich ein super Upgrade. Und letztendlich finde ich, dass GeekVape die Legend oder die Aegis Legend auf jeden Fall in so gut wie jedem Punkt, wie gesagt, verbessert hat. Daher von mir ein absoluter Daumen nach oben. Gerade wenn ihr einen robusten Akkuträger, der auch mal gerne ins Wasser fallen darf, braucht, benötigt oder wollt, ist das der richtige Ansprechpartner. 30 Millimeter Verdampfer, den wir oben draufschrauben können, ist für viele von euch ein Must-Have. Weil viele tatsächlich den Aromizer Plus heißt er, glaube ich. Der große oder Supreme? Ne, Supreme war der kleine. Plus müsste heißen. Egal, ich habe ihn, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Sehr schön. Weil ich ihn tatsächlich fast nie benutze. Sollte ich vielleicht mal machen. Das ist ja ein Riesen-Zuschauer-Liebling, würde ich mal sagen. Ganz viele haben ihn vor allem mit diesen extremen Tanks, Deckings und Zeugs, was ich da schon gesehen habe, 30 Milliliter Tankvolumen. Leute, da kann man ja schon fast eine ganze Liquidflasche reinknallen. Das wäre doch cool, mal so einen Tank rausbringen, wo man einfach eine Liquidflasche reinschrauben kann. Die komplette. So eine 100ml Chubby Gorilla-Flasche kann man einfach reinlegen in den Tank. Ja, nicht in den Akkuträger, in den Tank, weil der Tank ist dann so groß. Dann kann man dampfen. Dann am besten noch mit so einem Schlauch auf so einem Helm oder sowas dann befestigen. Und dann kann man direkt mit Zugmechanik direkt dampfen, ohne sogar einen Feuertaster zu drücken. Mehr fällt mir jetzt zu dem Aegis Legend Kit nicht mehr ein. Wie gesagt, ich, falls ich eine Note geben sollte, würde dem Akkuträger auf jeden Fall für alle Features, die er uns gibt, für die Optik und so weiter und so fort, Wenn ich einfach alles mit einfließen lasse, würde ich ihm die glatte Eins geben, weil ich habe hier an sich keinen Kritikpunkt, außer vielleicht, dass er etwas schwer ist. Mich persönlich stört das nicht. Wenn es euch stört, dass ein Akkuträger robust ist und schwer ist, sich dafür aber auch hochwertig anfühlt, dann solltet ihr ihn vielleicht mal ausprobieren und schauen, ob er euch vom Gewicht her nicht etwas zu schwer ist. Falls ihr einen sehr guten Verdampfer sucht, der geschmacklich einfach extrem gut performt und sehr lange, erhaltbare Coils hat, würde ich euch empfehlen, das Kit direkt an sich so zu bestellen. Ich verlinke euch natürlich das Gerät unten in der Videobeschreibung. Falls ihr sagt, ich brauche den Tank nicht, ich mache da eh den und den Tank drauf, dann bestellt bitte nicht das Kit, spart euch die paar Euro und holt euch einfach nur den Akkuträger. In diesem Sinne würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat, über ein Abo, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Ansonsten seht ihr mich im nächsten Video oder wieder nächsten Donnerstag im Livestream und ich habe mir extra ein neues Mikrofon für den Livestream geholt. Ich habe jetzt auch so ein fancy Mikrofonarm und ein Mikrofon, das dann vor mir steht. Müssen wir mal gucken, ob das dann vom Sound besser ist, wobei meine lieben Kollegen haben es schon bestätigt, die haben gesagt, das ist ein Riesenunterschied. Jetzt hört sich es halt an wie eine Studioaufnahme, vorher war es halt ein Headset. Bis dann, euer Dampfdiders, gut Dampf, bye! Dampfdiders, gut 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 Dampfdidersch, 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 gut D